Die Klima-Werkstatt ist unser etablierter Programm. Wir haben schon Tausende von Lehrlingen teilgenommen, 450 Projekte realisiert. Die Idee dahinter ist, dass wir Lehrlinge, Lernende für den Klimaschutz begeistern können. Mit der MyClimber-Klima-Werkstatt wollen wir Jugendliche für das Thema Klimaschutz und Energie, die nachhaltige Energiezukunft sensibilisieren. Das Spezielle an der Klima-Werkstatt ist, dass sie ganz spezifisch auf Berufsbildung ausgerichtet ist. Das heisst, wir arbeiten mit Lernenden zusammen in der Ausbildung, also die vom ersten bis zum vierten Lehrjahr eine Ausbildung machen. Das ist für uns ganz wichtig, weil sie dann im Rahmen von dem, was sie lernen in ihrem Beruf, die Fähigkeiten, die sie dann erarbeiten können, dass sie diese nutzen können, um eigene Lösungen zu finden und etwas für den Klimaschutz zu machen. Mit GARNA hat sich in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie ehrgeizig in die Ziele gesetzt. Wir haben uns dann überlegt, wie wir am besten unsere Lernenden einbinden können. Mit dem Klima-Werkstatt haben wir eine sehr praxisorientierte Lösung, wo sie das gleich in ihrem Betrieb umsetzen können und mit dem Wettbewerb eine zusätzliche Motivation. Wir haben mit der Klima-Werkstatt jetzt schon über 460 Projekte, die die Lernenden umgesetzt haben, die bei uns auf der Webseite auch dokumentiert sind. Alles zusammen haben wir ungefähr 6'000 Lernende für den Klimaschutz aktivieren können und mit ungefähr 125 Betrieben, Berufsschulen und Ausbildungsverbünde zusammenarbeiten. Klima-Werkstatt ist ein ganz typisches My Climate Bildungsprojekt. Es ist sehr innovativ, sehr kreativ und wird Teilnehmer aktivieren, nicht nur passiv informieren, sondern aktivieren, in ihrem konkreten Arbeitsumfeld ein Klimaschutzprojekt zu realisieren. Klima-Werkstatt Klima-Werkstatt